Warum ich Streetlaw tecke? Es gibt dafür eigentlich verdammt nochmal nur einen Grundmann, weil ich das Gesetz der Straße bin. Style ist das was in meinen Hadern ist und was in meinem Kopf vorgibt und wenn ich ein richtig geiles Fies male, vereinigen sich die besten beiden Dinge, mein Mind und mein Blatt. Wenn es um Graffiti geht, bin ich ein Kämpfer und da stimme ich vielen Leuten zu, ich bitte ins Traum von Rollstooligen, die einfach sagen, dass Graffiti Terror ist und dass Graffiti immer zu 110% Wettel ist. Graffiti hat überhaupt nichts mit Mode zu tun, Graffiti ist 110% Style und 0,0% Mode. In 99,9% sind die Leute Lüse. Dann sag ich einfach, ich mach mit dir kein verdammtes Bild, weil du ein Loser bist. Deswegen bin ich Streetlaufer, weil Street nicht für die Leute ist, sondern Street für die Hasslauf, den Straßen für die Pimms, für die Kidsmann, für die Leute, die zum Fußball gehen, für die Leute, die abends einsaufen, für die Leute, die sich prügeln, für Frauen, die wissen, dass sie Frauen sind. Sie kaufen sich irgendwelche Style-Dücher oder machen Malkurse an der Front der Schule und denken, sie werden Graffiti-Maler. Das Ding ist aber nicht, dass Graffiti schön aussehen muss, sondern Graffiti muss weh tun. Und zwar nicht dir selber beim Malen, sondern den Leuten, die es versuchen nachzuhaben oder Leuten, die es angeben und zu lassen. Das Problem ist halt einfach, dass die Leute denken, Streetlau ist nicht mehr up-to-date, weil Streetlau in letzter Zeit viel trinkt. Aber Streetlau sagt, egal. Graffiti ist die geilste Hole, die ich je gebumst hab. Ohne Kondom. Ohne Kondom. Ohne verficktes Kondom. Wenn du vor hast, dir Freunde zu machen, kann ich nur sagen, fang nie an mit Graffiti, man. Niemals. Und wenn du viel mitsst, dann gingen sie mit mir an. Und dann bin ich an. Die Farbe die kondomelung. Die Leute verhindern die Pursse. Die Autorität ist angekommest. Und dann kommt alles noch einen Körper. In der Luft felt so nicht.